Ein Fünfter Hund? Ja, ein Fünfter Hund. Ja, aber du darfst nicht rechnen, nicht nur ein Fünfter mit Ferien. Du kannst nicht sagen, es sind 4.000 Euro. Du kannst nicht sagen, es sind 4.000 Euro. Oder 8.000 Euro vom 2.000 Euro. Ja, aber das ist nicht. 10.000 Euro. 10.000 Euro. Ja, 8.000 Euro. Ja, ja. Mag ich noch fragen? Diese Röhren, die Amerika, wissen Sie das? Das geht, das sind 6.000 Euro.